Du musst ein Trophy mitnehmen, ich bin in der Mitte. Oh, Doc, Trophy ist dabei. Ich wollte es nur sagen, für Clero und NPEX. Für NPEX ist jeder Tag klacks mit X. Für NPEX. Argo, oder? Ja, mit X. Du wirst, dass wir schon mal gegen die gespielt haben, gell? Ich? Ja, doch, haben wir. Die haben 5-3. Können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Hauptsache, ich bin doch mit zum Stalker jetzt hier abgefahren. Nein, ich weiß es einfach noch. Ah, hier, die pushen mich. Ah, zwei Stück. Noch einer im Gang drin liegt schon. Eine hinterläuft euch da direkt. Da ist mal Alper. Ah, der ist raus, linker Gang. Auf jeden Fall in der Scheune. Wir sollten gegenseitig wieder öfters BGO machen. Ja. Folgen uns ja mittlerweile alle. Wo bist du? Rathos. Ist deren Seite clear? So weit, so gut. Oh, einer bei A drüben. Noch drei, ihr wisst. Einer linker, linker Ausgang und einer vorm Rathos. Oh, veraimt, Alter. Digga, was ist denn gerade los gewesen, ey? Fakt die Mitte, oder? Ja, ja. Also wenn wir nochmal auf A gehen, mach ich da Death. Kamer alle entgegen gepusht. Die alle über A gepusht, oder wie? Ne, die kamen zu zweit links. Er kam uns zwei entgegen. Einer ist gleich bei Cleo reingehüpft. Aber ich glaub, die wissen das. Um Videos und so. Sind voll fame. Die wird's cool, eigentlich. Ah, ich kann's mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die Vita dann kommt. Oh, scheiß, Torfi. Oh, Sniper in der Mitte. Ist das auf B was? Ja, zwei. Kann er hinterlaufen? Oben, oben, oben. Mitte ist offen, denke dann. Rathos ist offen. Mitte. Ich hab Rathos. Ab den, ab den. Letzter. Mensch hinterlaufen, dann. Lass mal durch deren Spawn durchgehen. Das ist der Sniper. Das ist der Typ, der mich gekillt hatte. Der kann bei uns schon durch sein, ne? Aufpassen. Ja, aber ich bin bei dir. Komm mal hoch. Lass mal auf A schieben, denn. Copy, paste. Inpex guckt B. Bei B. Bei B ist er nicht drin. Wir haben A sauber. B drin, Rathos, Rathos, Rathos. Lol. Er wollte eigentlich dich da ziehen, ne? Ja, ja. Hast du noch ne Flash, Klero? Scheiß Dragshot. Flashed. Ah, nice. Brauchen noch 225. Ich auch, mach du. Wir brauchen noch 200 B. Wir brauchen noch 200 B. Ja, nimmt ja nicht umsonst den Roboter. Ja. Das stimmt allerdings. Eine dritte Persönlichkeit. Was ist die zweite? Die zweite ist Klero. Und die erste ist Hannes. Je nachdem. Nee, 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 nee. Auf jeden Fall. Reihenfolge ist Klero, Hannes, Roboter. Ja, Hannes kommt an vierter Stelle. Die zweite Position ist Schreien ist etwas. Ja, ohne Witz, ne? Damals in der Berufsschule, da haben die, äh, Hannes gerufen. Ich hab nichts gehört. Einer sagt Klero, ich drehe mich ins Dumm. Wir gehen auf B denn. War voll verschickt. Die wussten alle, dass du Klero heißt. Ja, ja. Oh, mein Gott, alter. Der Typ legt dich so auf. Werk hab ich. Ist das offen, oder was? Ja. Ah, hinter der Bombe. Oh mein Gott. Müssen wir den pushen? Ah, nee, der hat Sniper, alter. Ich geh hier andersrum. Der hat Vespa und... Sind wir Rathaus drin? Nee. Jaja. Wieder zurück. War doch der ausm Rathaus, oder? Jaja. Ah! Hinter dir. Toll. Hab ich jetzt auch gemerkt. Jaja, ich hatte schon wieder Sprechblockade. Guck mal. Ich war an dir dran wie ne Klette, aber nicht neben dir. Haha. Ja. Voll, voll. Verbunden. Geh mal auf A. Ne, ich hab ein Auto, ich fahr auf A durch. Ja, mach das. Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Schlaf überall in die Mitte rein. Mach ruhig durchsprungen. Der ist schon Mitte, der ist schon... Rathaus, Rathaus, zurück, Rathaus drin. Rathaus drin, Rathaus drin. Oh mein Gott. Hast du den hier? Einer war noch berg, hinten berg. Jaja, kann mich pushen. Kleinstein, Kleinstein. Kann mich pushen. Einer ist runtergefallen. Kleinstein hab ich. Einer übrig. Oh, das war krass. Mitte ist frei, oder was? Oh, der lag da. Das ist der letzte, das ist der letzte. Der hat Schneeperr. Du musst aufpassen. Der lag da immer noch. Oh nein. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn hinten? Ich hab B-Seite. Boah. Hier ist alles super. Ich hab den mit, ey. Stockhard A? Ja. Sehr schön. Ah, der hat ja gestern geschaut gerade. Okay. Mit dir übrigens. Ich hab voll Bock auf Nougat. Oh. Oh, Nougat. Oh, Nougat. Oh, Nougat. Dann treibst du dich nachher damit ein. Oh, Nougat. Oh, Nougat. Oh, Nougat. Voll die ganze Badewanne volle Nougat. Ist ja so geil, Alter. Alter. Okay. Bego. 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 Da kommt er angeflogen, Alter. Da noch einen, noch einen um die Ecke. Pass auf. Oh mein Gott. Oh nein, ich hab verkackt. Oh mein Gott. Und dann gibt er mir wieder einen One Bomb, Alter. Ja. Aber ich war zu nervös da vorne. Ich hab verkackt. Warum seid denn die alle gestorben da? Weil wir gepusht worden sind. Weil die wie? Keine Ahnung. Genau dann nachgeladen hab, als der zweite gekommen ist. Die Schmeißfliegen da um die Ecken gefögelt kommen. Ähm, okay. Gehst du A, Doc? Oder in der Mitte? Ich hab keine Zugesicherung. Kommt der auf B? Auf jeden Fall wieder hier, ja. 2 auf B, 2 auf B, pushen. Generators drin sein. Ja, oben drauf. Auf dem Berg. Ey, also zu zweit lauf ich da nicht mehr lang. Fall ich nie wieder. Wir sehen. Du hast doch ne Flash, Cleo. Trophy. Nein, Trophy. Ja, steht immer noch. Nice. Nice geholt, Alter. War der letzte. Was war's? Das wär's jetzt noch gewesen. Ich hab Flag Jacket da, aber ich wollte nicht... ...riskieren. Im Rücken wärst du gestorben. Ist das jetzt eigentlich wirklich so mit dem Auto? Keine Ahnung. Ich... Erstmal so mal so irgendwie, keine Ahnung. Äh, eben in dem 3 und 3 Tourney, ähm, hab ich mein ACX-D-Car, weißt du, er blendet auf B, das Ding explodiert, genau unter seinem Arsch und er überlebt. Also... War ich. War das denn? Na gut. Wir gehen auf A. Ich hab Auto, ich war erst mal links durch. Ja. Neutralize the objectives. Nimm eher die Bombe dann. Einer. Fahr links durch mit dem Auto, ne? Ja. Nice Trophy. Schon vorgepusht, vorgepusht. Einer ist A. Also da auch keine Stunts in die Mitte fliegen oder sonst irgendwas, da kommt gar nichts. Stunts geworfen, aber egal. Ja. Einer ist übelst weak bei A. Hat die hinterlaufen nicht stimmt, ne? War grad da hinten am, ähm... Hab's gesehen. Eine A-Spot. Ach komm. Ist doch hier. Einer bei uns im Haus, wir müssen durch. Ja, da steht, da wollen wir noch einer bei A. Nate. Huch. Nein, hinten Scheune. Ach ja, komm, ey. Das ist so billig. Doch, ich werfe die Flasche immer zum Panzer. Ja. Wenn ich das jedes Mal sehe, mit Rapid Fire, Alter. Na, bitte. Wen sollen die dann da hinten noch treffen? Da hinten, das interessiert mich nicht. Also egal. Also kein Agro mehr, oder was? Weiß nicht. Also ich gebe eh wieder mit dann. Aber die warten keine Runde auf A. Gleich ist es real. Jetzt pushen die gleich wieder so reudig. Mitte ist jetzt kurz offen, also kann Rathaus rein sneaken, wenn er direkt rein pusht. Kommt auf B-Wat? Ja. Ja, Rathaus, Mann. Ich sehe die Bombe immer noch, immer noch. Hinter der Bombe? Hinter mir! Ah, der kam durch von hinten schon, ne. Ah. Alter, was? Was ist denn heute los mit dieser scheiß Con, Alter? Ja! Einer noch. Eine. Der war Treppe, Treppe. Der war Treppe. Nach rechts geboostet. Hoch, 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 hoch. Ja, schmeiß. Nice. Vier Sekunden. Oh, sauber. Boah, stark, Alter. Nice, der Team-Bash. Sehr starke Runde. Ein Glück ist er runtergejumpter, Mann. Hammer. Ja. Oh, das war ein Ace. Ha! Der kam von hinten grad schon, der eine, ne? Ja, ja. Ja, hat da einer gesehen bei mir, wie ich dem noch gegeben hab? Na, ich war bei Doc drauf. Boah, nee, ey. Das war schon wieder zum Kotzen. Nice. Dankeschön. Es gibt wieder nen Bug, wo du auch... Schau immer zum falschen Ding hin, das ist schlimm. Es gibt auch wieder nen Bug, wo du die Tarnung transferieren kannst, ne? Die du für andere Waffen nicht hast. Ja. Ich hab mal Auto jetzt. Das werde ich jetzt auch direkt einsetzen in die Mitte noch. Gehst du durch die Mitte? Ja. Die haben auch ein Auto am Start? Ja, ich hab Flex Jacket alles, ich kann das ertragen. Lass defensiv, lass defensiv. Einer rechts am Berg dran. Rechts hinten. Einer ist bei uns schon durch hinten. Einer ist hinten durch, der sucht mich wahrscheinlich. Ganz hinten bei uns. Nice, stark. Hab ich. Hab ich. Überlebt sogar. Noch drei. Ich hab rechts. Nice, stark. Einer wird vielleicht jetzt von der Mitte kommen. Noch einer, das ist unsere Runde. Rechts. Der hat Sniper. Ah. Den haben wir halt durch. Einfach legen denn. Den hab ich geflasht. Und ich hab meine Bots geflasht. Das kann aus sein. Gott, war ich nervös, Alter. Nice, stark, Jungs. Gott. Die Bots geflasht. Warum bist du denn da überhaupt roter gegangen? Ich war nervös. Ich war nervös, Mama. Ich war jetzt doch bei AW. Cleo ist eine Krankheit, Alter. Mal erst in die Luft gesprungen und dann nach unten gestampft, Alter. War ja ein Dropshot. Das war mal klar. Ey. Ja. Das war so geil. Das war aber auch ein Scheiß-Spiel. Sauber. Haben wir nur rumgerissen. Jo. Ich hab mal wieder Kills gemacht, ey. Ich bin zu dicht mit seiner Sniper hat mir übelst. Das war schön. Ja. Mal wieder schön auslastend. yinand ding 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 2 Sales, zales, zales, zאל, zless, zels, zelt, zelt. 3? Zwei. synchronisiert eine elli aber ich treffe nicht belastend einer ist mammut ab den hinten kann ich nicht aber er spielt wirklich mit dem scheiß alter wo ist der letzte ja im wasser hinten mit schieber also ob das sein ernst ist schauts nicht an behauptet er ist weg wer mit sowas zu spielen muss er das echt arm finde ich schlimmer wir brauchst du noch ein bisschen eben brauchst du ja mit mg auch ja 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 jetzt schon schon das ist ja das und gehe ich wie immer ist schon tritt einer einer genauer bett ob ich bin aber einer jetzt er da und hätte da doch da kein fenster kommen der andere noch da war nämlich gerade drin wenn kommen halb weg ja komm schon punkte kommt schon kommt schon an ein Ah, Twins! Immer noch Twins. Immer noch Twins. Bleib am lieben. Sauber. Hätte ich den gezogen, hätte ich den Ace gehabt. Hätte eine Fahrradkette. Der hatte keinen Ninja. Ich habe es nicht gehört. Gleich kommt das Ei raus. Ninja 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 Ninja. Lol. Der läuft wieder. Ich glaube, was war noch an der Bridge da? Ja. Der Bunker schon. Der Bunker ist vielleicht sauber. Ja, der Bunker ist sauber. Bombe ist hier gedroppt. Die habe ich. Brücke, komm vor, komm vor. Der ist vorne. Hopp! Sauber. Know your place, Human. Okay, Vater. Hallo, Leute. Hallo. Wir zocken ja. Wir brauchen noch drei Runden. Wenn es gut läuft. User join your channel. Hab ich erst einmal gewonnen? Ja. Ja. Ja, hab ich schon gewonnen, oder was? Ja. War richtig schwer. Ich war sogar IPvP. Lol, das sagt Android. Es wird mehr Sau, ja. Wollte ich gerade sagen. Ja, wird sechster sein gespielt. So, geht weiter. Oh, lol. Ich gehe wieder hoch. Boah. User left your channel. User left your channel. Noch einmal. Äh, ist ja in Ordnung. User left your channel. Pass auf, ich hab da was. Einer ist rechts von Twins, ne? Hallo. Warte, ich nade B rein. Ah, da ist wieder diese. Hinter mir schon. Ah, fuck, der ist Bunker drin. Alter. Der kam von der Mitte. Ist doch komisch. Am Tisch unten ein B drin. Der ist hochgegangen. Der ist hochgegangen. Two and two, two and two. Eine B irgendwo. Nice. Ich hab dich gehört, du Fotze. Schön gemacht. Ich hab den oben noch gehört. Auch mit Totenstille. WUAAAHH. Over 9000, du Ohrmuschel. Ja, er war der Strauch, er war der Strauch, aber er will irgendwie Waffen wechseln, ne, die ganze Zeit? Hier bin ich, hallo, dich hier, hallo, wuhu! 5 zu 2, 5 zu 1 Ich hab Auto, ich hab auch ein Auto Ich fahr mal durch die Mitte mit meinem Auto Mitte kommt durch, ah, Mitte kommt einer durch Ja, oben rein, oben rein, oben rein, oben rein, oben rein 2 Stück Oben hab ich einen, da war noch einer Mammut oder Bunker Ich hab Bunker Bombes B-Haus top, Bombes B-Haus top Bist du Bunker drin? Jetzt Sauber, eine fehlt noch, der war glaube ich Alli Äh, Bridge, kommt runter Richtung B-Spot Oh, was? Ja, ich wollte dich nicht abschießen, sorry Nee, wie schnell der mich ge- Nee, wie schnell der mich gekillt hat, das meinte ich damit Oder ich hab dich als Schutzheld genommen Geht auch Das ist, glaube ich, getötet Nee, 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 nee Gegner hat mich Wim-Bump Eine Runde noch, lass mal auf A gehen Okay Du bist mit Obern, drei vor Okay Entschuldigung Oh je, er macht wieder nichts Hinter der Bombe Ja, warte ich noch Und noch einer Hinter der Bombe, äh, Stinks ist geflasht Full-flasht hinter der Bombe Hinter der Bombe Hinter uns Hab ich Ui Immer noch hinter der Bauch Hinter der Bombe Hab ich, hab ich Hinter Habt ihr alles hier? Ja, ja Ja, ich steh jetzt Voll safe Jetzt Bunker ist einer Der hält mich da hinten Ich weiß nicht, vielleicht Hab die zweite auch Ja, ja, ich hab hier Ich hab hier Ja, zwei hinten Weiter hinten Ja, einer ist mit den Twins Einer ist mit den Twins Einer ist mit den Twins Einer ist mit Twins Wir sinds grad mit Weihautos auf den Zoo, ne? Ich hab eins auch gezündet Was ich für Moves gemacht hab, alter Geil Redfoot lief besser als Infection, ne? Ja Geil Oh, der eine hat nen Donut Mh, oh, mh Ich bin zu dicht Oh, kann er nicht snipen Oh, mh Du hattest Infection auch 06 Oh, dann hab ich ihn Und Der drunter geholt Stopp Und dann hab ich aber in zwei Runden Sechs Kills gemacht Das ist egal Nee Das ist egal Geil Nee, schon gespielt Mh Mh Report Score 3-0 positiv Mh 2-0 définis 2 3-0 FENN 3 4 2 3